Unser Highlight in der ersten Januarwoche. Talk aus Rom. Dr. Claudia Kaminski im Gespräch mit Dr. Norbert Hofmann, Sekretär der Kommission für die religiösen Beziehungen zu den Juden, über die Motivation des Dialogs mit unseren älteren Brüdern. Papst Franziskus bezeichnete Hofmann häufig scherzhaft als den Oberrabiner des Vatikans. Sendetermine sind Samstag, der 2.1. um 13.30 Uhr, Montag, der 4.1. um 21.30 Uhr, Donnerstag, der 7.1. um 17.30 Uhr und der 8.1. um 11.30 Uhr. Erfahren Sie mehr über diesen wichtigen Dialog. Schalten Sie ein. Untertitelung des ZDF, 2020